Also ganz kurz, ich bin 2015 zum Studium, also zum Masterstudium in der Türkei. Gleichzeitig habe ich auch seit 2013, 2014 journalistisch gearbeitet, auf Deutsch, Englisch und dann auch auf Türkisch, Texte geschrieben. Und 2018 im September bin ich dann eben zusammen mit anderen festgenommen und dann verhaftet worden. Wir waren drei Monate, etwas über drei Monate im Gefängnis. Danach mit Ausreisesperre belegt, also auch ich als nicht türkische Staatsbürger sozusagen. Und am 11. September 2019, also genau ein Jahr danach, bin ich dann mit den anderen zusammen wieder, also alle immer gemeinsam, beim zweiten Gerichtstermin freigesprochen worden. Seither, also seit ein paar Monaten, bin ich jetzt wieder hier in Europa, war ich das Erste. Und ja, bin gerade dabei eben, also verschiedenste Städte zu bereisen, Vorträge zu machen, vor allem zu dem Buch, dass die Solidaritätskampagne für mich, also ich bin dann auch noch nicht dabei gewesen, das wir gemeinsam herausgegeben haben. Das heißt, die Türkei am Scheideweg, was eben gesammelte Schriften von mir gemeinsam mit anderen teilweise oder sehr viele Schriften gemeinsam mit mir zur Türkei sind. Zur Türkei habe ich eben seit 2013 eigentlich sehr intensiv auch gearbeitet. Ich habe schon in Wien mich über türkische Studierende studieren, das ist Türkei, mich mit der Materie halt begonnen zu befassen und ab 2015 dann habe ich das eben dann auch in der Türkei vertieft, also das ist im Prinzip mein Bezug. Also ich habe jetzt sehr lange in der Türkei gelebt und war in der Zeit auch kaum in Europa oder anderswo, maximal in zwei Wochen im Jahr. Genau, und jetzt ist es für mich etwas Neues wieder hier zu sein, aber die Türkei ist natürlich für mich ein sehr wichtiger Ort, wichtiger Bezugspunkt, weil sehr viele Freundinnen, Freunde, Genossinnen, Genossen, Menschen, die mir sehr wichtig sind, dort sind. Also im Grunde gibt es in der Türkei seit 2013 grob gesprochen, also seit vielleicht auch sogar so langsam hat sich nicht angebahnt, das fiel ja nicht vom Himmel, aber seit 2013 so eine offene Hegemoniekrise. Ganz einfach formuliert, dadurch, dass einerseits die Beherrschten sich nicht mehr so regieren lassen wollen wie bisher und dadurch auch eine Krise innerhalb der herrschenden Klasse ausgelöst haben oder eigentlich eine multiple Krise, das heißt Fraktionskämpfe auch innerhalb des Staates und in den herrschenden Fraktionen in der Gesellschaft ausgelöst haben. Und diese Krise, diese Hegemoniekrise, die sich dann auch mit anderen Krisendynamiken verbunden hat, die ja nicht immer nur türkei-spezifisch sind, die allgemeine sich verschiebende Kräftelage im imperialistischen Weltsystem, dass der Mittlere Osten dort sozusagen ein Fokuspunkt. Diese Auseinandersetzungen ist auch, also einerseits der schwindende Einfluss, aber nicht immer noch die stärkste Macht, aber der schwindende Einfluss der USA, vor allem auch über den Syrien-Krieg eigentlich und der relational steigende Einfluss Russlands und natürlich andererseits auch der Aufstieg Chinas ökonomisch eher. Also und da liegt die Türkei natürlich geografisch auch einen wichtigen Punkt. Also diese multiplen Krisendynamiken im Inneren und im Äußeren spinnen sich im Prinzip weiterhin fort. Es hat dann eben quasi eine unglaubliche Dynamik an Qualen, Protesten, Krieg im Inneren, im Äußeren, dann eben auch Bombenanschläge und was weiß ich, gegeben. Eine Spirale von Widerstand und Gewalt, also eine immer autoritärere, also diese Hegemoniekrise, immer autoritärer lösen wollende und auf immer autoritären und auch brutale Gewalt setzende Fraktion im Staat, nämlich die Fraktion um Erdogan und die Fraktionen um Erdogan, die diese Krise auf diese Art und Weise lösen wollen, das aber auch nicht geschafft haben und wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft nicht schaffen werden. Aber gleichzeitig hat es auch keine andere Dynamik oder Fraktion geschafft, sich durchzusetzen. Also weder sozusagen andere Fraktionen in der herrschenden Klasse, im Staat, noch ein genuin demokratisches Projekt von unten. Das auch noch existiert, also existiert im Sinne von einem Potenzial, das sich immer wieder artikuliert, sei es jetzt vor allem in der Frauenbewegung, in den periodischen Protesten am 8. März und am 25. November, sei es natürlich in der kurdischen Bewegung, die sowieso auf einem anderen Level steht in gewisser Hinsicht, sei es aber auch in der alevitischen Bevölkerung, die auch zumindest diesem Modell, das da oktroyiert werden soll, also autoritärer Staat, türkisch-islamisches Gesellschaftsmodell, konservatives Gesellschaftsmodell und gleichzeitig auch eine aggressive Kapitalpolitik Neoliberalismus, auch wenn es ein eher heterodoxer Neoliberalismus ist, das hat politische Gründe, die dem widersteht. Und dann gibt es auch noch andere gesellschaftliche Dynamiken, die dem widerstehen. Und aufgrund dieser Widerstandspotenziale ist natürlich auch die demokratische Option sozusagen, die genuine Demokratisierung der Türkei auch noch eine Option, genauso wie aber auch die immer stärker werdende Faschisierung angetrieben vom jetzigen Regime. Diese Möglichkeiten stehen alle im Raum. Und wie sich das entscheidet, hat sehr viel mit gesellschaftlichen Kämpfen zu tun, aber natürlich auch zum Teil mit internationalen Entwicklungen. Also es ist so, dass es im Prinzip in der Karriere jedes Jahr, seit 2013 oder 2014, in jedem Jahr mindestens eine Wahl, einen Wahlgang gab. Das war jetzt mal Lokalwahl, Präsidentschaftswahl, allgemeine Wahl, also Parlamentswahl oder Referendum oder was auch immer. Aber immer irgendeine Form von Urnengang. In diesem Jahr waren eben die Lokalenwahlen angesetzt. Eigentlich auch jetzt im November die Präsidentschaftswahlen, die sind darauf vorgezogen worden, auf letztes Jahr. Auch genau aus Gründen dieser Krise, um die schnell sozusagen über die Bühne zu bringen. Es war damals schon klar, eigentlich, als vor allem, also Erdogan selbst, aber auch sein Bündnispartner, Hauptbündnispartner, die faschistische MHP, auf diese vorgezogene Wahl gedrängt haben. Das haben sie teilweise sogar offen mit der Begründung gemacht. Wir wissen nicht, was nach den Lokalwahlen passieren wird. Also sie wussten wahrscheinlich schon damals, dass sie die Lokalwahlen wahrscheinlich verlieren werden oder hat große Verluste hinnehmen werden in sehr vielen wichtigen Städten. Und so ist es auch passiert. Also die meisten großen Städte der Türkei, inklusive der absolut wichtigsten Stadt Istanbul und Ankara, der Hauptstadt, sind nach 25 Jahren, die diese Städte im Prinzip in der Hand der AKP oder ihrer Vorgängerparteien, also aus der gleichen politischen Bewegung, waren, an die kemralistische republikanische Opposition gegangen. Und in Istanbul ist das halt nicht akzeptiert worden. Das war sehr, sehr knapp. Also bei einer 15, 16 Millionen Stadt mit, ich glaube, über 10 Millionen Wahlberechtigten. Mit einem Stimmenunterschied von 20.000 oder 15.000. Da hat dann das Regime das forciert, diese Wahl wiederholen zu lassen. Die Annullierung war natürlich absurd. Also die vorgeschobene Begründung war auch absurd. Und ist damit ein Risiko eingegangen. Das zeigt auch schon einerseits, dass Istanbul sehr wichtig, also wie wichtig Istanbul ist. Es geht dann nicht nur natürlich um die Städte, sondern es geht auch darum, dass die Städte in der Türkei und die Gemeindeverwaltung extrem großes, also eigentlich ein Feld für Akkumulation, Kapitalakkumulation und auch politische Möglichkeiten sind, sage ich mal. Also sehr einfach heruntergebrochen. Und die haben das riskiert, das Risiko eingegangen, haben dann die zweite Wahl aber mit, wie sagt man, so sagen und kleinlos verloren, 800.000, 900.000 Stimmenunterschied. Also unglaubliche Verluste eigentlich, weil das nämlich von der Bevölkerung und auch von ihrer eigenen Basis teilweise eben als das angesehen wurde, was es war. Nämlich ein ziviler Butschversuch, der illegitim erachtet wurde. Das zeigt aber auch zwei Sachen. Einerseits hat es eben diese Annahme, diese hoffnungslose Annahme widerlegt, dass Erdogan letztendlich jede Wahl, jedes Referendum irgendwie gewinnt. Mit welchen Mitteln auch immer. Es hat eben auch gezeigt, dass die Kräfte nicht ausreichen. Also das Regime mag stark sein, es mag alle, mehr oder weniger alle Staatsapparate mittlerweile kontrollieren. Aber das heißt nicht, dass die Kraft des Regimes unendlich ist. Und das ist eben aufgezeigt worden mit dieser Wahl. Und zweitens hat es eben auch gezeigt, dass diese Leute dort auch Fehleinschätzungen machen können. Nämlich die Fehleinschätzung, dass sie das noch drehen können. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und zwar im Prinzip auch klar, dass das nicht funktionieren wird. Es sei denn, es passiere etwas Außergewöhnliches. Und dazu hat die Kraft nicht ausgereicht. Und deswegen hat die Wahl eine große Symbolbedeutung. Auch wenn jetzt natürlich die republikanische Opposition, die kermanistisch-republikanische Opposition, also angeführt von der THB und vor allem jetzt auch quasi angeführt, würde ich schon sagen, also diese Fraktion, die sich da formiert in der Opposition vom neuen Istanbuler Bürgermeister, der quasi zum Sprachrohr oder zur Führungsfigur dieser Opposition geworden ist. Und mit durchaus hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einer möglichen Präsidentschaftswahl der Gegner von Erdogan werden würde. Diese Fraktion ist natürlich oppositionell, aber sie ist bürgerlich oppositionell. Das heißt, sie trägt sehr viel, auch mit. Unter anderem auch den Krieg in Syrien. Und diese Tendenz, die sich wie unterscheidet vom Regime, sie unterscheidet sich so, dass sie quasi die Staatsapparate, die bürgerlichen Staatsapparate wiederherstellen will quasi. Also sie sagt quasi, okay, Staat und Gesellschaft sind in der Türkei einfach wirklich zerstört worden teilweise in den letzten Jahren, in diesem Auf und Ab. Das muss wiederhergestellt werden, normaler bürgerlicher Betrieb. Normalisierung ist auch eins von deren Schlagworten. Und das Ganze natürlich auch abgestimmt in Koordination mit dem internationalen, also europäischen, amerikanischen Kapital. Also das ist im Prinzip das, was die wollen. Und um das zu machen, müssen sie natürlich eine teilweise Liberalisierung und teilweise Demokratisierung einführen. Sie müssen sozusagen auch den popular-demokratischen Block auf ihre Seite ziehen, logischerweise. Das heißt, wenn die an die Macht kommen sollten, müssten sie zumindest versuchen, Minderheitenrechte, bis zu einem gewissen Grad Frauenrechte, vielleicht auch Arbeiterinnenrechte und so weiter, teilweise durchzusetzen, nämlich um genau das Potenzial dieser Demokratisierungsbewegung zu entschärfen. Aber das ist natürlich jetzt Zukunftsmusik. Aber das ist so ungefähr, wie die ausgerichtet sind. Und die haben durchaus die Möglichkeiten zu gewinnen. Aber das Regime, das sozusagen die Faschisierung vorantreibt, schläft ja auch nicht. Und genau weil die Opposition, die bürgerliche Opposition, immer noch viel zu zaghaft ist, viel zu vorsichtig ist, das hat auch damit zu tun, dass das Kapital, vor allem die großen europäisch-amerikanisch orientierten Kapitalgruppen, die diese Fraktion eigentlich mehr oder weniger deutlich unterstützen, eben zwar die Oppositionsfraktion unterstützen, aber gleichzeitig Erdogan mit Samsthandschuhen angreifen, weil er ihre Interessen immer noch ziemlich gut repräsentiert und umsetzt. Das heißt, sie wollen ihn nicht arg angreifen und haben, das hat nämlich auch historische Gründe, dass das türkische Kapital sehr staatshörig ist. Das heißt, die Opposition geht genau aus diesem Grund, wegen diesem Hintergrund auch, sehr vorsichtig gegenüber dem Regime vor und unterstützt es auch, wenn es um sozusagen nationale Sicherheit in Anführungsstrichen und dergleichen mehr geht. Die Türkei hat jetzt Anfang Oktober einfach versucht, Facts on the Ground zu schaffen in Nordsyrien. Aber das war auch nicht die erste Invasion. Das war jetzt schon das dritte Mal, dass sie in Nordsyrien, einmal in Gebiete dominiert, damals noch vom sogenannten Islamischen Staat und einmal eben in Afrin, im Gebiet kontrolliert von kurdischen Kräften, von syrischdemokratischen Kräften, einmarschiert sind. Und diesmal eben jetzt auch östlich des Euphrates, des Euphrates, dort rein sind, angekündigt, eigentlich schon seit letztem Jahr. Dann war es mal wieder sehr ruhig. Die internationale Konstellation, also vor allem, dass die USA offensichtlich dann plötzlich einen Rückzieher gemacht haben, das sind eher Ausdrucke von, wie wir sprechen, im amerikanischen Staatsapparat eigentlich, hat die Türkei sehr schnell ausgenutzt, aber offensichtlich nicht international koordiniert. Deswegen gab es in den ersten Tagen eine sehr große Reaktion, auch sehr deutliche Ablehnung von vielen Seiten. Aber dann haben natürlich die USA und Russland der Türkei zum einen Grenzen gezogen, was das betrifft, aber andererseits natürlich auch den Teil, den sie schon besetzt haben, quasi legitimiert international. Und ab dem Zeitpunkt haben sich auch die europäischen Staaten, wir haben dem zurechtgefunden, mit Ausnahme vielleicht von Frankreich. Das ist ja auch, jetzt ist es ja gerade sehr interessant, diese NATO-internen Konflikte von USA, Frankreich, Deutschland und dass die Türkei ja da sozusagen auch ein bisschen mitspielt. Macron da ja nicht nur gegen die Türkei, sondern auch gegen die NATO eigentlich gerade sehr scharf schießt, sage ich mal, also verhältnismäßig doch sehr deutliche Worte wählt. Klarerweise ist es so, dass die Interessenslage in Syrien sehr komplex ist. Also alle möglichen verschiedensten Länder in der Region, internationale imperialistische Mächte sozusagen, Großmächte und natürlich auch regionale Fraktionen in Syrien selbst, ist ja auch jetzt eigentlich so ein geeinter Staat sozusagen, ein Gegenteil, haben sehr unterschiedliche Interessen, die dann eben teilweise konvergieren, teilweise konfligieren, würde ich mal sagen. Da kann dann schon mal eine Kraft in einer Region mit einer anderen kooperieren und mit anderen sich eigentlich bekämpfen oder so. Das hängt eben an dieser sehr komplexen Gemengelage in Syrien. Mit der Invasion der Türkei hat die USA, würde ich sagen, nochmal an Einfluss verloren. Also sowieso in Syrien war sozusagen Russland klarerweise schon der Hauptplayer eigentlich. Die syrisch-demokratischen Kräfte waren sozusagen die Möglichkeit für die USA dort noch zu bleiben. Und das sind auch natürlich so wechselseitige, wie soll ich sagen, Allianzen, die natürlich auch versuchen, sich gegenseitig zu nutzen. Also einerseits, niemand ist da sehr gut Freund miteinander, sage ich mal, ja. Also man kann das jetzt lang und breit kritisieren, ob man mit den USA ein Bündnis machen kann oder nicht. Aber für die syrisch-demokratischen Kräfte gab es halt fast keine andere Wahlmöglichkeit. Das heißt aber nicht, dass sie die USA super toll finden. Und jetzt schon gar nicht mehr sowieso. Aber auch davor war es sozusagen eine Möglichkeit für sie, sich dort zu halten und für die USA eine Möglichkeit, einen Fuß in Syrien zu haben. Das heißt aber nicht, dass die Kanäle in andere Richtungen abgerissen sind, wie man ja sehr schnell sieht. Die USA haben ja versucht, sowohl die Türkei als auch die kurdischen Kräfte oder die syrisch-demokratischen Kräfte, angeführt von den kurdischen Kräften, gemeint, also gleichzeitig zu managen. Bis sie jetzt eben zu dieser letzten Wolte, wo das jetzt so ein bisschen nicht mehr, also mit dem Rückzieher nicht mehr geklappt hat. Und gleichzeitig haben aber auch die kurdischen Kräfte einen offenen Kanal nach Russland immer gehabt. Den haben sie jetzt sofort wieder bespielt, natürlich, logischerweise auch, dass man sich eben diese Möglichkeiten offen hält. Anrufvisisch ist es nicht so. Also in Syrien, Syrien hat sich ja sehr schnell zum internationalen Krieg einfach, also einerseits eine Internetdynamik, die dann sehr schnell aber eine internationale Dimension gewinnt. Und dann werden sehr viele verschiedene Interessen auf einem sehr kleinen Stückchen Land ausgefochten. Die europäischen Staaten haben jetzt militärisch und nicht unbedingt viel zu sagen. Frankreich zum Teil, Großbritannien zum Teil, aber jetzt nicht so stark, Deutschland kaum. Warum? Aber es gibt natürlich auch ökonomische Interessen. Es gibt nämlich vor allem die Frage, steht im Raum, was dann mit Syrien basiert nach dem Krieg. Die Aufteilung der Ressourcen und vor allem auch natürlich der Wiederaufbau. Und welche Formen von Industrie dort angesiedelt werden kann, wer welche Aufträge bekommt für den Wiederaufbau. Und Bauindustrie und ähnliche Sektoren sind da schon in den Startlöchern. Ja, und auch Deutschland natürlich. Nicht direkt jetzt mit militärischer Bau, aber sehr grob formuliert. Die auch Vorzeige, Flüchtlingscamps im Süden der Türkei und andere Initiativen in dieser Hinsicht haben sich auch den Zweck, in den Startlöchern zu scharren, wenn es dann um den Wiederaufbau geht in Syrien. Das war eben so sehr schön anzusehen, als die Türkei dort auf die kurdischen Kräfte, auf die syrisch-demokratischen Kräfte losgegangen ist, hat Russland sich im Prinzip nur zurücklehnen müssen und warten, bis alle Seiten an sich herantreten und sie dann was ausverhandeln können. Also in einer so luxuriösen Lage sind sie gewesen. Und das ist eine Realität, die, glaube ich, auch Europa akzeptieren wird müssen und auch die USA, auch wenn sie sich damit schwer tun. Die zivile kurdische Bewegung und vor allem die politische Repräsentation von, also die HDP, hat quasi Politikverbot in vielen Teilen des Landes. Also es gibt halt, also ich würde sagen, es gibt mittlerweile wahrscheinlich vor jedem HDP-Büro eine Polizeieinheit, die permanent dort stationiert ist. Und wenn die vorhaben, rauszugehen und eine Presseerklärung zu machen oder irgendwie eine öffentliche Kundgebung oder eine Demo oder was auch immer, das wird quasi schon an der Tür des Büros unterbunden, sehr oft. Also sie kommen gar nicht aus dem Büro raus, weil da vor allem die Polizei steht. Also es ist de facto im Prinzip hat sie Politikverbot fast, würde ich mal sagen. Das heißt, es war sehr schwierig, dann eine Antikriegsbewegung auf die Reihe zu kriegen, auch weil natürlich die Türkei da mittlerweile, also der türkische Staat, auf solche Sachen mittlerweile sehr heftig reagiert. Also das nur einen Krieg zu nennen, ist ja schon ein Verbrechen. Es ist ja offiziell eine Operation gegen den Terrorismus. Es ist aber mittlerweile auch schon fast ein Verbrechen, von ökonomischer Krisensituation zu sprechen oder ökonomische Kritik zu üben, weil die offizielle Linie jetzt ist, und die ökonomische Lage ist gerade wirklich nicht sehr gut, das muss dazu gesagt werden, die offizielle Linie ist quasi, dass die Wirtschaftskrise nicht interne Gründe hat, sondern durch Angriff von Feinden von außen kommt. Und Menschen, die im Inneren, die das kritisieren, potenziell natürlich auch Arbeiterinnen, die sozusagen protestieren oder Gewerkschaften, die protestieren, sind quasi Agenten dieser internationalen Feinde. Also damit ist potenziell die Kriminalisierung auch von jeder Form von ökonomischem Protest geebnet. Auch wenn das jetzt in der Praxis nicht so leicht umzusetzen ist, potenziell ist das geebnet. In der Türkei selbst hat sich die Tagesordnung, sie verschiebt sich immer sehr schnell, weil einfach sehr viele Sachen passieren. Und es geht mittlerweile sehr wenig um den Krieg, würde ich sagen. Also in dem Moment, wo sozusagen dort auch die Konfliktlinien sich ein bisschen gefestigt haben, geografisch. Und es offensichtlich geworden ist, dass die Türkei zwar einen Teilerfolg hat, aber eben eigentlich nicht das bekommen hat, was sie wollte. Und dass das auch vor allem innenpolitisch nicht den Effekt gezeitigt hat, den sie haben wollten. Nämlich, dass der Großteil der Bevölkerung sich wieder hinter sie stellt. Auch selbst wenn sehr viele den Krieg irgendwie unterstützen, weil er quasi überpolitisch ist in der Türkei. Das hat nicht im historischen Hintergrund. Ist bei allen anderen gesellschaftlichen Konfliktveränderungen, Ökonomie angefangen, aber eben auch all diese anderen gesellschaftlichen Mittelsprüche, die ich schon aufgezählt habe, hat sich jetzt nichts verändert. Und die Hegemoniekrise geht weiter. Es ist nicht gelöst worden durch diesen Krieg. Das heißt, es hat sich dann auch die Tagesordnung wieder schnell verschoben, weil auch das Regime nicht darauf gebrocht hat, diesen Krieg jetzt an der vordersten Front zu halten. Am 25. November gab es jetzt auch wieder große Proteste von Frauenorganisationen. Und wie gesagt, all die anderen gesellschaftlichen Konfliktlinien, inklusive wahrscheinlich sich an Kollektivvertragsverhandlungen, die jetzt anstehen, und Minderheitslohn, das David in der Türkei jedes Jahr verhandelt, neu verhandelt, Verhandlungen, sich möglicherweise daran entzünden. Denn da Proteste der Arbeit-Rennenklasse sind durchaus wahrscheinlich möglich. Und aus diesen Gründen und anderen gesellschaftlichen, strukturellen Gründen wird sich auch die Hegemoniekrise in der Türkei fortsetzen. Es wird keine Seite sehr schnell das Ganze für sich entscheiden können. Und der Krieg hat das auch nicht geschafft zu lösen. Also ich meine, das ist eine schwierige Frage. Einerseits hat es historische Gründe, weil Parteiverbote sozusagen in der Türkei sehr stark mit der Butch-Periode, von dem 80er-Butch, assoziiert werden. Und die AKB und Erdogan eigentlich sehr darauf erbicht sind, sich von dieser Periode zu distanzieren. Was zum Teil auch personell stimmt. Aber andererseits baut ihr gesellschaftliches Projekt genau auf dem Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell auf, das durch den Butch eigentlich eingesetzt wurde. Nämlich einerseits konservativ türkisch-islamische Synthese, andererseits Neoliberalismus. Aber gleichzeitig ist eben die Parteischließung, die Schließung von Parteien wird sozusagen mit butchistischen Kräften assoziiert. Auch die AKB selbst war mehrmals davon betroffen, dass also die anderen Fraktionen oder andere Fraktionen im Staat sie verbieten wollten. Das heißt, es macht vielleicht keinen guten Eindruck und sie spekulieren darauf, dass es für sie sinnvoller ist, wenn sie die HDP nicht verbieten. Und damit sozusagen auch den Kadern nicht die Möglichkeit nehmen, im Parlament zu sein und sozusagen irgendwie noch die Hoffnung, eine legale Politik zu haben. Aber gleichzeitig de facto verunmöglichen, dass die HDP immer dann, wenn es um etwas Wichtiges geht, Politik macht. Das ist nicht, wie gesagt, das ist kein hundertprozentiges Politikverbot, natürlich. Aber in kritischen Momenten ist es das schon fast. Ist es möglich, dass die HDP auch tatsächlich verboten wird? Ich würde sagen, ja. Aber wie wahrscheinlich es ist, da bin ich mir nicht sicher. Weil, wie man sieht, funktioniert es ja auch ohne ein Verbot der Partei als Ganzes. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ein Verbot der Partei mehr internationale Reaktionen nach sich ziehen würde, als dieses gezielte Verhindern von Politik oder Absetzen von Co-Bürgermeisterin, was ja jetzt nicht unbedingt viel internationale Reaktionen hervorruft und kaum in den Medien ist. Aber ein Verbot der Partei wäre sozusagen was, was sozusagen noch mal hochschwelliger ist und dann vielleicht auch Widerstände hervorrufen würde und wahrscheinlich auch vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gekippt werden würde irgendwann mal. Das dauert dann halt oft lang. Aber das ist nicht unwahrscheinlich. Also vielleicht spekulieren sie einfach darauf, das niederschwellig zu halten, aber sozusagen sowieso das zu erreichen, was sie erreichen wollen. Klar, die kurdische Bewegung ist hier sehr bekannt in Europa, aber es gibt auch andere gesellschaftliche Dynamiken, Initiativen, Frauenbewegung, LGBTQ-Bewegung, alevitische Bevölkerung, arabische alevitische Bevölkerung, aber auch die Arbeiterinnenklasse, die sozusagen auch ein Widerstandspotenzial oder Widerstandspotenziale mit sich tragen und das auch immer wieder zu Tage legen. Und die haben auch Aufmerksamkeit verdient von hier. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, deren Stimmen auch zu zeigen immer wieder. Also nicht zu sagen, klar, es ist ein repressives, autoritäres Regime, aber das heißt nicht, dass alles verloren ist. Das heißt nicht, dass man gar nichts mehr machen kann. Im Gegenteil. Also wenn man sozusagen sagt, na, ist alles vorbei, das ist aus, vorbei, nichts ist mehr zu sagen, nichts ist mehr zu machen, dann werden eigentlich genau jene Stimmen und jene Initiativen, die was machen, nämlich vor Ort, weggeschoben und unsichtbar gemacht. Und ich glaube, das ist durchaus sehr wichtig, da sozusagen den richtigen Fokus zu bewahren. Nämlich einerseits tatsächlich diese Autoritarisierung, Faschisierung zu sehen, aber andererseits auch zu sehen, dass trotz all der Gewalt sich dieser Block nicht durchgesetzt hat. Und bei den meisten Wahlen, 51, 49, 52, 48, selbst wenn diese Zahlen vollkommen richtig sind, gibt es da einen Block von rund 50 Prozent, der eigentlich seit Jahren konsequent dagegen ist. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und deswegen ist es sehr wichtig, den auch zu sehen. Und das ist ja auch was, was man dann durchaus unterstützen kann. Also kritischen Journalismus, kritische Wissenschaft, verschiedenste zivilgesellschaftliche Initiativen. Die Möglichkeiten von hier auch auszuloten. Es gibt natürlich auch Menschen, die hier sind, die sich in diesen Zusammenhängen engagieren. Mit denen kann man auch hier sozusagen in Kontakt treten. Und das würde ich vielleicht nochmal betonen, dass das durchaus auch was ist, was, glaube ich, eine gute Sache ist. Das ist ja auch was, glaube ich, eine gute Sache ist.